Was bedeutet Demokratie für mich? Demokratie bedeutet für mich, dass es einen lebendigen gesellschaftlichen Diskurs gibt zu den wichtigen Themen der Gegenwart und der sollte nicht nur von parteipolitischen Impulsen dominiert sein, sondern auch von bürgerrechtlichen, von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Gruppen, also dass die verschiedensten Institutionen und Initiativen in ein Gleichgewicht kommen und in dieses Spektrum gehören für mich auch Theater rein. Theater sollten auch gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Statements bringen und diese zur Diskussion stellen.